Hiho und Willkommen zurück meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu CastleStory. Jo, wir sind gut dabei, fast fertig damit hier aufzufüllen. Also mit der Schicht, also jedenfalls zwischen den Hölzern aufzufüllen und hier aufzufüllen. Okay, machen wir das Ganze mal so. Ja, okay, das geht auch. Okay, das geht auch. Wer hat sich jetzt genau da rein boxiert, das ist sehr schön. Ah, wie machen wir das hier bitte? Das ist eine gute Frage. Okay, da geht's. Okay. Okay. No. Okay. Das war zu niedrig. Okay, okay, okay. Ich krieg das hin. So. So, das ist die Höhe, die ich gerne hätte. Dann versucht man da ein bisschen aufzufüllen. Ja, genau sowas wollte ich erreichen in der Form. So, das ist die Höhe, die ich gerne hätte. So, das ist die Höhe, die ich gerne hätte. Ja, so geht's auch ungefähr. Erstmal die Höhe hier erreichen. So, das ist die Höhe. Genau, sonst geht's dir noch gut, oder? So. So. So, das ist die Höhe. So, das ist die Höhe. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, das sollte langsam reichen. Hallo. So. Dankeschön. Jetzt könnt ihr das so auffüllen. Okay. 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 Direkt unter sich. Okay. 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 Sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier. Jedenfalls ein sauberer Übergang für die Rampe hier hoch. Auch wenn die nachher auch irgendwann verschwindet. So wie die Rampen auf der anderen Seite und alles. Aber wenigstens ist es nicht mehr der abgehackte Übergang wie es vorher war mit den Löchern drin. Dann kümmern wir uns mal um die nächste Baustelle. Okay. 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 Die Steine erholen sich ganz langsam. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Weil wir jetzt wieder näher an den Steinvorräten sind. Und jetzt noch einiges mehr Steine brauchen werden. Weil wir nicht nur Lücken zum Füllen. Sondern ein ganzes Boot zum Ticken haben. Das war so. 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 Da liegen schon wieder Steine rum, die das... Da kommen Sie wenigstens zu freundlich und sammeln Tee da noch auf. Na dann lassen wir sie mal hier füllen. Und ja, der Teil vom Berg nimmt auch schon ganz gut ab. Ich bin ja schon mal die Nies. Steinbruchplan. Ich bin ja schon mal die Nies. So, das sollte passen. Ja. Die beiden weg, das ist auch voll. So. Ah, die Treppe, die können wir eher so rum machen. So ein bisschen besser. Oh ja, hier wird wieder sehr interessant gefüllt. Ja. So. 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 kann man es natürlich auch machen. So. So. So sehr. So. 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 na gut das spiel ist halt nicht nur zu sehen man muss auch mal ein bisschen micromanagen naja die fläche kommt auch langsam schön nach oben hier haben wir ja schon bis nach oben dass wir müssen hier nicht mehr ganz so viel der läuft auf der stelle macht ein bisschen gymnastik ein bisschen aufwerben sport und Ah, es wäre wirklich schön, wenn einer die Lücke füllen würde. Danke, mehr wollte ich doch nicht. Das war eins zu viel. Können wir nämlich jetzt in die und in die Richtung füllen.